erster achiro wird the taste und die musik ist wieder so laut aber ein hero gerade da ist soll auch mal den multi stream anschmeißen gucken ob man das gucken kann der street selber ich weiß so ready to rumble so dann würde ich sagen muss ja auf play gehen ja erstmal müssen wir glaube ich unseren loadout erstmal ich glaube wir können erstmal musst du mich einladen ja gerade was gerade passiert ist genau und dann auf loadout oben da kannst du nämlich gucken outfit ja ich möchte erstmal erstmal eine frau machen das geht leider nicht aber skin farbe geht glaube ich ja hier bei weapons hat 3 das müssen du feiner ach so das ist rasse komm ich bin asiate haare empty und wo ist diese frau denn kategorien habe ich mir loadout ganz oben am rand da war ich ja da komme ich zu perks perks und outfit bin ich jetzt gerade ach da ja und jetzt kannst du dir ja oh gott nee 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 boldings nicht das sieht aus wie halb was ist das hier eine frische frise das sieht doch geil aus aber dann bitte in rot jawoll und da kann man das kann man den baseball cap das lassen wir nicht ich nehme undercut so t shirt head body baseball cap ja aber dann brauche ich ja den undercut nicht body ein t shirt was nehmen wir dann grün steht mit grün ja grünen also nicht ich nehme rot kommen wir nehmen und legs empty also ich möchte jetzt nicht unbedingt in meiner unterhose herumrennen oder warum denn nicht ich werde jetzt hier so motorcycles ähm werde ich mir jetzt hier angucken aber ich möchte gerne frau warum geht das nicht ja es gibt dinge sledgehammer cover body armor iron skin okay dass ich nicht mein bad noch so an an annippen kann hier das wäre noch wenn auch geil ja ja leider nicht auch guck mal jetzt können wir melee wappen was bin ich denn melee range trapper was ist ein trapper fallensteller range ich will range ich möchte bogen ich liebe wir denken auch range stunner ja stunner airdrops können wir auch hier nehmen das ist also ein boden und zwei was haben wir hier noch schocker und nahe hammer und rüstung prismi pick lang immer mit nur ja ich bin das das ist hier noch so und das andere ist glaube ich waffen ne das ist hier noch mein köpfen selber also alles voll finbobbes stalker archer stalker ja ich denke das passt so hat das so passt so das passt so so hallo ich würde hier gerne wieder raus loadout wahrscheinlich hier raus ja loadout wieder raus ne noch mal noch mal ne kategorien raus raus ah warte das ist ja was muss ich noch speichern so oh mein gott wo dann weiß ich nicht weil mein weil mein körper ist wieder Recycle pants so settings raus aha jetzt bin ich draußen ja ich bin wieder nackig irgendwie hat das mit dem speichern nicht funktioniert ich denke nämlich auch gerade ach komm wir laufen nackig ich wollte ja auch nicht raus spielen das geht ja auch nicht wie wollte es sich jetzt doch wieder anziehen gehen ne ich hab nur mal guckt ob es irgendwo was ne 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 weiche option gibt aber der muss dann auf play einfach gehen drück mal auf play ja gehen wir mal auf play so group leader may ja du musst auf play drücken ja also free for all geht noch nicht entweder teams oder practice ja wir sind ja team ne ja sollen wir mal als team losziehen mal gucken wie lange es dauert bis wir auf die nase kriegen bis wir die ja 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 in in wartezeit okay das heißt wahrscheinlich zwei gegen zwei wa wir müssen warten es kommt gut im stream total gut immer gut aber wir können ja in der zwischenzeit noch mal also was hatte ich hier gehabt den undercut ne so hat nein keine kappe t-shirt kannst du in die kappe mehr geht gar nicht mehr kappes geht gar nicht mehr kappes geht jeanshose alles andere hat er übernommen ne also hier die einstellung für perks hat er übernommen bei mir mhm nur das aussehen nicht kann man das da unter der AVG wait 1,48 sind minuten und nicht stunden ich denke auch das ist 1 minute 48 weil sonst muss ich mich leider ausklinken leider erschießen ah bin ja mal gespannt jetzt so ich möchte gerne hier raus loadout settings jetzt hätte ich fast quit gedrückt gerne estar oh god entszwanzig beim nächsten ton ist es eine minute und 30 sekunden mip nein, zu früh mimip auch zu früh joining jetzt ja ich zeine ja ja du bist ja ich kann er nicht er macht er macht er macht hoffentlich von alleine bei mir macht er noch gar nichts ich bin ja eh kein leader du bist ich weiß nicht ja klar was brauchen wir denn das und das du kannst aus zwei steinen kannst du den messer machen okay jetzt muss ich an wie kann ich dann sammeln wie waren das ja super ich habe einen stock das ist ja super haben stock ich habe mich frei ich habe einen stein und einen stock und ja soll das habe ich ja nicht irgendwie so eins gemacht super jetzt habe ich stachel stock genannt aber da konntest irgendwie die rezepte warte mal kurz kräftig ach so ich kann das ding werfen okay jetzt habe ich hier ist die loot box macht gar nichts kuh macht schubs kuh schubsen ich loote jetzt erst mal eine kiste was habe ich denn hier warte ich schmeiße es weg ich habe eine spär ja ich weiß kannst du mit dem stein machen weiß bloß nicht den habe ich gelootet hier ist eine box bei mir was wo beim direkt bei mir war eine box Arsch. Arsch. Hahahaha. Vorsicht. Ah. Ah. Meucheln. Was kann ich damit blocken? Oh. Toll, ich hab ihn schmecken. Alles klar. So, also mach ich mal auf die Tür auf. Der Sound ist ja auch sehr interessant. Was ist das da? Houston, wir haben ein Problem. Hier liegt ne Raumkapsel. Uah. Soll das mir hier... Mach mich sicher mal. Soll mir das hier eine unsichtbare Mauer... Oh, 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 geht schon irgendwo gut los? Hä? Was? Hörst du nicht den Funk? Ja. Irgendwer wurde grad schon in Stücke gehackt. Oh, super. Wär vielleicht ganz gut, wenn wir uns mal finden, Herr Oskar. Ja. Wo bist denn du? Ich seh dich... Ah, du bist glaub ich 600... Kann es sein, dass das da oben... das raute Zeichen du bist? Ich hoffe. Ich hoffe es auch. Weil da lauf ich nämlich mal eben in die Richtung. Und... hoffe, dass du das bist. Ja, ich hoffe auch. Und das ist nichts wegen hier das Zentrum der... äh, der macht das oder so. Ja. Someone was just beaten to death. You people are savages! Oh my god. Oh god. Oh yeah. Oh yeah. Da ist ein Haus. Ist da was drin? Oh, das hört sich gerade an. Wenn du beschossen wirst. Ist das Alarm? Oh, hier ist ne Nebelbombe. Alter, was... was geht denn hier? Mhm. Alter! Da hat jemand... Ich hab glaub ich ne Bombe... ne Nebelbombe ausgelöst. Aaaaah! Oh, hilf! Hilfe! Oder die treiben wir uns zusammen. Das kann natürlich auch sein. Ich kann ja mal oben rum. Ich hab mir noch gar nix. Ja doch, ich hab nen Speer, aber äh... Hinter mir... Raus da! Nicht rein! Someone is butchering other contestants! Hallo! Das ist äh giftig. Ja, ja, ich... Cool Collapse... Äh, das hat was davon, dass die... die treiben uns zusammen. An opponent was just beaten to death! Das ist wie H1Z1, glaub ich. Ein bisschen, ja. Wie gesagt, die treiben... Du bist nur noch 500 Meter von mir weg, ne? Ja, das Problem ist, ich kann nicht in deine Richtung, weil du genau hinter dem Nebel bist. Ah, okay, cool. Das ist toll. Das ist, äh, ja. Au. Kosten. Bist du getötetet von? Ne, ne? Ne, ne, ich bin noch da. Du bist noch da, das ist gut. Das Problem ist, ich, 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 äh... Ja, ich bin jetzt gerade am gucken. Da ist da nichts, alter. Ach ja, mit dem Waffen... Waffen wechseln kannst du mit dem Hausrat, hab ich zu sehen. Ja, hab ich auch schon gesehen, ja. Ja, hab ich auch schon gesehen, ja. Ich renne jetzt hier gerade über die Berge. Ich glaub, das hier ist alles abgegrenzt. Hier ist ja gar nichts. Okay. Oh, oh. Was, oh, oh? Was, oh, oh? Oh, oh, oh. Ja, seit schon vier, fünf tot. Ja, ja. Ich renne hier irgendwo durchs Unterholz und, äh, versuche gerade irgendwie zu dir zu kommen. Ja, und ich durchsuche mal hier die Wohnung nach irgendwas, weil ich hab hier... Ich durchsuche meine Wohnung nach irgendwas. Ich durchsuche meine Wohnung. Nix. Nix. Oh. Oh, ich hab jetzt mal einen Speer. Was ist das hier? Du musst hier nochmal so ein paar Fallen basteln. Oh, da ist eine Lootbox. Da ist eine Lootbox. Oh, nix. Ah. Ich höre was. Auch nix. Egal. Wenn du was hörst, lauf. Warte nicht, bis du herausfindest, was es ist. Was? Hm. Oh, ich kann die noch nicht öffnen. Was ist das hier? Das ist genau. Ah, Healing. Funkvoller. Kaum so... Oh, oh, ich werd grad für zwei angegriffen hier. Die haben aber auch schon mehr Erfahrung, wie ich meine. Ich bin down. Oh, du bist down. Die sind jetzt zu zweit auf mich drauf. Ja, das machen sie ganz öfter. Die arme kleine Tana wurde getötet. Du bist aber noch da, ne? Ja, ja. Huntle. Ja, damage done. Time alive. Perfect rank. Ich bin nur your killer. Okay. Irgendjemand... Bist du das, die ich da zusehe? Ja, ne? Weiß ich nicht. Hast du grad die Toiletten alle aufgemacht? Ja. Ja, ich seh dir jetzt zu. Nee, ich zieh mal raus. Echt? Weil da drin bleiben ist, glaub ich, scheiße. Ich seh dir grade zu. Hä? Also hier ne... Hast du keine Waffe? Nein. Du hast unbedingt ne Lootkiste. Die stehen überall Kisten rum. Ja, aber ich kann die erst ab 50 Dingsbums öffnen. Nee, weil irgendwo... Also direkt neben meinem Spawn war eine. Ja, da war eine. Da brauchst du 50 irgendwas für. Ähm. Ne, ich ja nicht. Ja, ich schon. Ich hab ja Glück gehabt, wa? Ja. Die waren irgendwie ein paar Meter daneben. Ähm. 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 Du läufst jetzt auf dem Platz zu, wo ich grade auch war. Da sind zwei Leute. Da musst du auch passen. Ja. Deswegen geh ich von denen ja auch schon wieder weg. Lauf, Forest. Lauf. Lauf. Lauf in den Forest. Lauf, Forest. Lauf. Lauf, Forest. Boah, gib mir doch mal einen Stock oder irgendwas. Alter, es ist doch nicht wahr. Habe immer ein Glück. Dich. Aber ich hab wenigstens 51 Damage gemacht. Wenn ich 12 machen würde, ich hab hier gar nichts. Hallo. Ja, die anderen beiden, die waren richtig am Leuchten. Die hatten auch, äh... Andere Kleidung schon und so, ne? Ja, ja. Die haben, äh... Die spielen das wahrscheinlich auch öfters. Und ich glaub, so öfters du spielst, umso mehr Möglichkeiten hast du auch was zu kaufen. Mein Fehler war jetzt auch grade, dass ich an den Automaten zum High... Die Automaten das gesehen hab. Wo du drauf grade erst hinlaufen wolltest. Ja, ja. Da kannst du dich nämlich heilen und einkaufen. Ja, und hier könnte ich mir ein Airdrop. Oh, fuck, 100. Ja, da könntest du... Somebody else just got cut into little pieces with a blade. Ah, schön. Ja, ja, das sind die beiden. Der hat mich auch mit nem Messer hart, der mich ge... Der hat mich gemessert eben. Ich war Tiere, ich war Summen. Ja, da waren Mücken. Hm. Ich guck ja schon. Wie ne Kamera, toll. Marling! Mit was hier so an... Ob ich irgendwo ne Kiste seh? Oh, das war ne Bombe. Ja. Da versuch dich jemand auszuräuchern. Ich hab da irgendwo ne Kettensäge, das ist nicht gut. Nee. Kettensäge ist nicht lecker. Aber ich find's cool, dass man seinen Partner so lang dann auch noch mitguckt. Äh... Wann? Also begleiten kann und dass man halt dem auch sagen kann, man... Ah, da hat er auf keinen Fall... Wir haben Stein. Wir haben Stein. Wir haben Stein. Der kriegt ein Messer. Äh, jetzt hab ich den großen Stein, toll. Äh, jetzt hab ich den Stein, der was? Okay, super. Das Ding hatte ich auch. Das hab ich dann weggeworfen. Nein, du brauchst noch einen Stock. Dann kannst du daraus eine Stolperfalle basteln. Ja. Äh, was zum Schlagen wär wohl eher was. Ja. In dem Haus irgendwo? Ja, aber Haus ist gefährlich. Ah, das ist schon mal gut. Hier da, siehste? Hast du einen Flock oder ein Messer? Äh, das ist zum... Das ist diese Stolperfalle. Okay. Blablablablablabla. Ah, hier ist überall nichts. Illmatch? Was? Ach. Oder ist das... Da. Aha! Dann aufgepasst, gell? Na ja. Ich hab gestes, heute nämlich so 5 Minuten beim Dalu Card reingeschaut. Okay. Und das ist irgendwie gar nichts. So, hier. Legen wir von mir aus nochmal hier hin. Hahaha. So, ich hab nen Stock. Ja. Beware of this dick. The stick of truth. Genau. Also, ich find hier gar n... Da, ein Stein. Ich bin aber auch immer drüber weggelaufen. Okay, warte auf. Ich wollte jetzt eigentlich so... 2-3 Stickis. It's time to play. Loot Express. In 1 minute 60 seconds. In 1 minute 60 seconds. A random package. Ja. Loot Kisten, komm runter. Jetzt wird spaßig. Wenn du da hin rennst, dann kannst du dich mit denen aber prügeln. Ist das hier crafted? Also, ich hab ne Bandage. Aber ich hab ne Bandage. Aber ich hab ne Bandage. Ich will keine Bandage. Ich bin ne Waffemann. Richtig. So, Stein. Und Stein. Yes. Messer? Messer. Ich kann messern. Du kannst messern. Ja, wenn ich... Siehste, das passiert auch in der Realität. Wenn du zwei Steine stark genug zusammendrückst, dann... Hast du Metall. Oh, jetzt wird... Machete. Genau. Der hat ne Machete, glaub ich, gehabt. Der mich eben da... Oh, warte mal. Ich hab irgendwas gefunden. Ich brauch nen Stock, dann kann ich nämlich nen Ding machen. Ne Axt, oder was? Na, hä? Na, hä? Hatchet. Hatchet. Hatchet ist ne... Ja. Axt. Ne, wenn ich jetzt noch nen Stock finde, dann hätte ich mir nen Speer machen. Ja. Ich hatte ja, wie gesagt, Glück. Die... So schwarze Kisten, die kannst du glaub ich öffnen. Meine war bläulich und die konnte ich halt nicht öffnen. Ja, die blaue konnte ich auch nicht öffnen. Aber schwarz kannst du öffnen. Wenn du ne schwarze siehst. Ich glaub da rechts ist ne Höhle, oder? 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 Sieht so aus. Eigentlich merke ich auch, warte mal. Trägt das was? Ne. Gar nix. Gar nix. Wir müssen ja bedenken, das ist ja... Guck mal, das ist ja geil. Schau mal. Ich se... Ich hab Hunting da drüber stehen. Ich seh gerade noch nicht alles. Das ist ziemlich breit im Bild. So. Ähm. Wo bin ich denn? Oscar und Tana. Ich bin ja live, du bist gekillt. Ja. So noch eins, zwei, drei, vier, fünf Teams sind noch da. Ja. Und der Wu, der killt ganz schön. Ja, ich bin von Aero. Aber Aero ist glaub ich der Partner von Wu, ne? Mhm. 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 Aber, ja. Die werden wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger spielen. Ja. 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 Ich mein, du hast ja schon doppelt so lange überlebt wie ich. Ja, aber nur weil ich die Hofsch... äh, die Schultaktik... ...Flüchten und Verstecken hier anwende. Aber letztendlich muss ich irgendwann mit denen... äh, zusammentreffen. Ja, aber sonst, äh, never ending story. Und der nächste ist tot. Der nächste, ja. Ja. Ich würde eigentlich gerne einen Speer. Ich brauche noch einen Stock, da kann ich mir vielleicht einen Speer basteln. Ich wäre schon mal nach hinten am Gucken, ob ich irgendwas laufen sehe. Wieder einer tot. Das ist geil. Von The Hunger Games. The Hunger Games. Genau, Hunger Games, ne? The Hunger Games. Ja, ja. Oh, oh, oh! Ich hab was gehört. Was war das? Kamera. Okay. Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Ja... So... Ja... Ah... Finger ist tatsächlich doof, ne? Map Closure Phase 1 beginn? Okay, was aber das heißt? Guck mal nach links, da siehst du den Qualm. Die drücken euch jetzt zusammen. Rinder? Ja. Den hab ich bei mir... Oh, fuck! Den hab ich bei mir... Die quetschen euch jetzt zusammen. Jetzt beginnt Last Man Standing. Lars... Last Man Standing. Last... Last Man Standing, genau. Super! Wo bin ich? Genau an der Kante. Das Rennen... Das Rennen... Das Rennen ist also super. Das ist... Voll der Unterschied. Die Animation ist... ist... Bombe. Buck! Und Stock! Oh weia, oh weia, oh weia. Warte. Da liegen Tote. Da liegen Tote. Geh mal gucken. Vielleicht hat der Loot. Wo? Links. Also hinter dir. Ich weiss ja nicht, ob du die looten kannst. Doch, kannst du. Schau mal. Vielleicht hat der ne Waffe. Irgendwas. Irgendwas. Oh, du musst dich beeilen. Der Nebel kommt, ne? Ne, der hat nix mehr. Fuck! Hätt ja sein können, dass wir da was liegen gelassen haben. Das ist ja ein Rot. Schon geil. Oh man! Lauf! 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 Nein! Falsche Richtung! Falsch! Ich muss über die Brücke. Ich muss über die Brücke. Ich muss über die Brücke. Kommst du nicht rum. Ja, sehe ich auch gerade. Dann musst du... Im Wasser liegt auch was. Hinten. Hinten nicht. Muss laufen. Muss laufen. Muss laufen. Ach du Kacke, ey. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Da war ein Stein. Ja, ich kann keine Steine mehr aufnehmen. Ach so, du brauchst Holz, ne? Ja, hier, hier kann ich nicht. Ja, hier. Na, automatische Gewehr. 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 Ja, schön. Ja, schön schön. Super. Du hast ein Streichholz und die haben ne... Sniper wahrscheinlich. Kann ihn, kann ihn, kann ihn, kann ihn, kann ihn, damit einen ganz bösen Splitter einführen. Kann ich damit nicht machen. Ja, ich würde auch gerne ein Spear haben. Ist das so eine gute Idee, bei dem Nebel ins Haus zu gehen? Live, alive, killed, killed. Es sind nur noch wir drei. Ne, ich bin noch da. Hier Leute sind noch da. Vier. Da haben sie mich nicht gesehen. Vier. Ich höre den Nebel. Ja. Ich höre ihn auch. Oh fuck, Alter. Okay. Ich hoffe, du kannst noch irgendwo runterspringen. Ja, kann ich. Aber ich muss da jetzt hin. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Alter, lauf. Und ich hatte ein aufgebrochene Bein. Alter, nein. Ach, die Uhr läuft rückwärts, ne? Jo. Irgendwie noch sechs Minuten? Kann ich nicht ganz sehen. Da ist mein Aufnahmeding drüber. Da ist ne Kiste. Ja, scheißes Blau, ne? Ich warte, bis der Nebel hier rankommt. Rufft sich. Fuck. Warte, bis der Nebel rankommt. Vielleicht kann ich sie ja da reindrücken. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Siehst du die schon? Nein, die sind hier aber irgendwo. Wissen sie ja. Wollen wir unspringen sehen? Die müssen ja irgendwo... Die können sich ja nicht ewig verstecken vor diesem Nebel. Da kann ich mir näher. Ich glaub, da kommt gar nicht mehr näher. Siehst du? Ja, das ist die erste Phase. Ihr seid, glaub ich, jetzt nur ein Stück eingegrenzt. Und danach kommt, äh... Wobei links oben in der Ecke sieht's aus, wenn der Nebel noch wandert. Okay. Passt. Bleibt. Ja, dann seid ihr jetzt auf ein kleines Stück eingegrenzt. Ich bin so geil, ich kann mich den ganzen Tag hinstellen, einfach abwarten. Ja, aus irgendeinem Loch werden sie gleich schon gekrochen kommen. Okay, was, was, ich spritze mir jetzt das Zeug, renn da rein und haut den mal auf die Kloppe, genau. Schau den jetzt mal auf die Kloppe. Achso, hast du jetzt Antigift oder was gespritzt? Ja, ich hab mir was gespritzt, ganz genau. Das hatten die übrigens gerade eben auch, irgendwie sowas. Ja, ja. Die war nämlich lila am Leuchten. Ja, du kannst drei Sachen spritzen. Okay. Machst du das her oder hast du das hergestellt? Ne, das lag in einem der Schränke. Ah. Oh. Das war ne Falle? Ne, ich hab versucht mir ein Speer zu treffen. Okay. Da wird dann ja hier runter kommen müssen. Komm, hier, runter. Gut, 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 gut. Komm. Es geht an die Außenseiten rum. Ey, ich lach mich tot. Du schaffst die beiden gleich noch. Ne, vielleicht nicht. Vielleicht musst du gleich rauf zu denen. So geht's nicht weiter. Hinter dir, hinter dir! Ah! Stank! Ah, geh weg! Das sind sogar drei. Und die Kettensäge auch noch. Das war die Kette. Oh, die Kette. Aber einer von den letzten vielen ist ganz okay. Ja. Würde ich meinen. das wenn du stirbst ich habe es gerade gut bekommen ich habe mir shorts gekriegt so hauptmenü was ist was ist was hat man jetzt mal wenn die beiden kommen noch ein bisschen angucken kurz mal kannst du gucken bei denen ja weil wenn es spektrum jetzt wird irgendwas jetzt bin ich wieder im hauptmenü